So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Catherine Classic. Wir sind jetzt gerade in eine etwas seltsame Situation gekommen. Seht die letzte Folge, wenn ihr es nicht getan habt, dann wisst ihr, was die Situation ist. Wir sind jetzt in der Kathedrale und müssen trotzdem noch ein Level bewältigen. Und zwar nicht... Ich bin schmerzt. Hör auf! So, jetzt ist es in dem Fall so, Catherine, also die mit Karl, läuft uns nach. Wir können sie aber auch anhalten. Wo bleibt sie? Ach, da unten ist sie. Man kann tatsächlich einfach, wenn man schnell genug ist, vorklettern. Wichtig ist, dass man den Weg nach hinten nicht verbaut. Also den Weg von unten nicht verbaut. Und ja, der Boss hier ist einfach nur Catherine, also die mit C. So, in Leicht kommt er extrem schnell hoch und Catherine kommt überhin auch halbwegs hinterher. Oh, das ist jetzt problematisch. Diese Blöcke werden halt dadurch brüchig, aber solange sie hinterherkommen, ist alles gut. Wichtig ist nur, Catherine darf nicht sterben auf dem Weg. Das ist halt die wichtige Voraussetzung. Catherine darf nicht sterben. Aber sie hat es fast geschafft zu uns, das ist perfekt. Da muss man aber aufpassen, dass sie einem auch nicht im Weg steht, weil das kann sie auch super gut. Okay, wir sehen, die Blitze treffen zum Glück keinen von uns. Kannst du da kurz runtergehen? So, wir haben es fast geschafft. Du willst mich frei sein, oder? Ich glaube, wir haben es so... Ach Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Komm hoch, schnell. Oh, oh. Aufpassen. Okay, kein Blitz hat sie getroffen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Ein Boss beim ersten Versuch, das ist doch schon mal was. Wir haben es geschafft. Catherine, wir werden es alles gut sein. Wir können es zurück hierher machen. Zurück? Zurück, wo wir waren. Lass uns zusammen gehen. Ich bin sorry, ich kann nicht in der Zukunft nach all dem. Catherine, calm down. Du hast ein Kind zu denken, auch. Ich werde alles fixieren, und alles wird okay. Was? Du hast du mit dir und ich? Du hast immer noch über uns gedacht? Natürlich habe ich. Aber ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben. Ich wollte dich nicht auf dich. Ich war einfach so confused. Über unsere Zukunft, ich glaube. Ich schraub, ich bin sorry. Ich weiß, ich habe etwas gemacht, was ich nicht zu tun. Ich mache mich nicht. Ich werde mich nicht zu tun. Ich werde mich nicht zu tun. Ich werde mich nicht zu tun, aber ich habe etwas zu tun. Ich habe mich nicht zu tun. Ich verstehe das jetzt. Vincent. Bitte, Catherine. Komm mit mir jetzt. Ich versuchte dich. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht mehr machen, Vincent. Du musst nur... Sie müssen nur glauben. Bitte, Catherine. Ich kann dich nicht verlieren. Nicht so wie das. Vincent, zu dir. Das war ein wahnsinniger Weg, um das Kathedral zu schlagen. Meine sehr herzlichen Glückwunsch. Aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Hey, bist du okay? Was? Was ist passiert? Du kamst, um mich zu besuchen, in dieser room. Und sie, einfach... Das stimmt. Wo ist sie? Wo ist Katharine? Katharine? Nein, nicht du. Huh? Katharine! Hey, Katharine! Was ist passiert? Oh, also ist das, was passiert. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Nein. Sie scheint nicht hier zu sein, heute. Schau, wir müssen sprechen. Huh? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert, aber... aber alles ist gut, Mal. Was ist passiert? So, dann... ... das war... ... alles ein Traum? Ein Traum? Ein Traum? Hey, schau... Oh, danke Gott, dass du sicher bist. Viele Dinge sind passiert, aber... ... ich verstehe jetzt. Ich versuche, dass du richtig behandeln kannst. Huh? Well... Oh... ... das Baby. Ich meine, ich versuche, dass du zwei von dir richtig behandeln kannst. Uh... ... so... ... so... ... so... ... ich verstehe jetzt... ... wie viel du mit meinem Leben bedest. So... ... ich versuche, dass... ... es... ... so... ... ich sagte... ... so... ... was... ... ... es ausschaut, dass ich nicht verbrecht bin. Es war alles ein Fehler. ... ... ein Fehler? ... ... ja... ... ich meine, du sicher bist? ... ... ... ich verbrecht. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe die Verletzungs-Situation gemacht, also muss alles zurückkommen zu normal sein, richtig? Also, was ist das Problem jetzt? W-Break-up? Okay, nur, warte mal einen Moment. Du hast mich verletzt mit einer Frau namens Catherine, richtig? Eine Frau mit dem gleichen Namen als ich. Jetzt, warte, warte mal. Ich habe mich einfach verletzt. Ich bin mit ihr fertig, okay? Und ich werde sie nie wieder sehen. Plus, ich wollte dich entschuldigen. Es ist wahr, also bitte, entschuldige mich. Es geht nicht um entschuldigung. Schau, glaubst du, ich habe nicht gesehen? Was? Ich bin mit dir so lange. Natürlich habe ich gesehen. Oh, die Verletzungs-Situationen muss von ihr sein. Was? Ich bin tatsächlich entschuldigt, dass ich nicht verletzt bin. Und zu erzählen dir die Wahrheit? Ich wusste früher, aber... Ich konnte dich nicht sagen. Ich fühlte mich, dass du mich verletzt hast. Woah, 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 woah. Was ist passiert? Natürlich, wenn es nicht für die Verletzungen war, ich hätte nicht entschieden, dass ich mich verletzt. Komm schon, ich habe endlich herausgestellt, dass ich nur für die Kathrin. Okay, warte mal einen Moment. Just, warte mal. Ich war nicht ernst mit ihr. Ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Du bist alles, was ich brauche, Kathrin. Juste da hinten, und der Traum. Du und ich, wir... Wir... Schau dir aus, Vincent. Ich kam hier, um dich zu verletzten. Was? Nein. Nein. Ich... 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 Du bist schockiert, nicht wahr? Als ich glaubte, dass ich verletzt war... Ich hatte mich immer Angst. Aber ich glaubte, dass du vielleicht glücklich für mich wäre. Ich... Ich war glücklich für dich. Du schweigst. Nein, 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 ich bin nicht. Was? Ich... Ich habe mich einfach mit der Überraschung. Das ist alles. Es ist okay. Außerdem... Ich bin hier nicht gekommen, um das zu diskutieren. Schau, wir können das fixieren. Mach mich. Mach mich. Whatever du möchtest. Ich werde dir alles für dich. Okay? Was? Nein, das wird nichts ändern. Was wollen ich machen? Nichts. Es ist nichts zwischen uns, also nicht mich. Sie sind wirklich? Kannst du nicht sagen? Ich gehe jetzt. Oh, das ist richtig. Ich bringe dich einen Energiener drink. Um... Ich lasse es hier, also trinke es. Na dann... Das ist ein Wiedersehen. Also... Kathrin... Tschüss. Ist das wirklich wahr? Oder bin ich immer noch so? Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Ich bin mit ihr so lange... Ich weiß, wenn sie ernst ist. Ich kann es nicht glauben. Was soll ich machen? Kathrin... Das ist jetzt nicht das böse Ende oder sowas. So geht die Geschichte immer weiter. Also... Das ist immer Teil der Geschichte. Und ich muss sagen... Vincent ist ja auch jetzt nicht gerade der Moralapostel der Geschichte. Aber... Wie fängt das denn beispielsweise mit Kathrin an? Also mit der C-Kathrin. Der Blonden. Der Kerl ist betrunken und wacht neben der auf. Okay. Da hätte man noch sagen können... Also da hätte man sagen können, gut... Zieh eine Lehre draus, beichte das und alles ist gut. Und die nächsten Male passiert das ja auf genau die gleiche Art. Er kann sich ja nie erklären, wie die bei ihm im Bett landet. Der macht das eigentlich nicht unbedingt freiwillig. Dennoch wird er quasi als der große Betrüger dargestellt. Klar, er hätte früher einfach sagen können... Kathrin, lass es. Ja gut, wozu das geführt hat, haben wir gesehen in der vorletzten Folge. Woher erstmal ordentlich verprügelt wurde. Aber was ich meine ist... Ich finde es auch absolut nicht in Ordnung, was die K-Kathrin so abzieht. Nach dem Motto... Hey... Ich kümmere mich dann jetzt um unsere Bankkonten und... Du musst das, du musst das, du musst das. Kathrin ist eine, die... Unglaublich gut darin ist, einfach Forderungen zu stellen. Und man hat vor allem in diesem Gespräch einen Satz gehört. Den hörst du in Filmserien und auch im Realleben eigentlich fast nur von... Frau zu Mann und so ziemlich nie umgekehrt. Dass jemand eine Enttäuschung ist. Du hörst das seltenst von Mann zu Frau. Warum? Weil es augenscheinlich völlig normal ist, dass Frauen Erwartungen an Männer stellen... in solchen Situationen und dafür eben nicht verurteilt werden. Wenn ein Mann eine Erwartung an eine Frau stellt, wird das viel eher angekreidet. Ich denke, Erwartungen sind immer schlecht. Von beiden Seiten. Oder zumindest... Sachen wie ein Ultimatum oder... Dass man eben sagt, so, das musst du jetzt machen. Oder ich erwarte, dass du das tust. Aber ich bin ja auch so progressiv. Ich sage meinetwegen, wenn Kathrin heiraten wollen würde, dann soll sie einfach selber den Antrag machen, wenn der Kerl sich nicht sicher ist. Bitte sehr. Aber das ist augenscheinlich noch etwas... zu... abgedreht für viele. Aber jetzt erstmal speichern. So. Zack. Mal schauen, wie es weitergeht. 8-3 ist nicht möglich. Wenn du willst, dann schaffst du eine Bezeichnung. Wenn du willst, dann schaffst du eine Bezeichnung. Wenn du willst, dann schaffst du eine Bezeichnung. Sphär. 5-3 Jahre. Es ist einfach... Meine Mutter hat mich aufgedreht und fragt, wie wir arbeiten können. Sie hat mich überrascht. Sie wissen, dass ich eine Karriere habe, die mich beschäftigt. Aber... Ich meine, es ist einfach zu halten, wie sie sind jetzt. Aber... dieses Monat... Ich bin sehr schnell. Ich glaube, ich bin pregnant. Ich habe... ...gegenze Texte oft. Ich weiß nicht. Es macht nicht Sinn. Es ist einfach... Schrecklich. Schau, Vincent. Du hast nicht nichts von mir. Hast du? Hey. Du denkst, das wird es gut sein? Das ist nicht nur, weil ich bin pregnant. Ich kann dir glauben. Ich habe mich nicht verletzt, richtig? Ich habe Angst, seitdem ich bin pregnant. Ich wusste, dass es dich verletzt wird. Ich wusste, dass es dich nicht verletzt wird. Ich glaube, das ist gut, dann. Tschüss. Tschüss. Ich weiß... ... dieses... ...weary-feeling. Ich kann nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich allein in der Stadt war. Mann, was ein verdammt. Dopp. Verdammt. Was soll ich denn machen? Kathrin? Kathrin? Oh. Uh... Ich... ...ein Bug? Um... Nein. Ich werde sicher nachher. Wahrscheinlich später in der Nacht. Ja. Entschuldigung. Nein. Nein, du bist so schockiert, Mann. Du wirst du wirklich sterben. Hey, ich würde nicht sein, dass ich jetzt in der Mitte eines Tränen wäre, würde ich? Huh? Wow, du bist so schockiert. Ich meine, wer träumt über eine Scheiße mit einem anderen Mann? Hey, war sie ernsthaft? Ja, sie ist nicht antworten meine Begriffe. Ich habe das erwartet. Hm, in Wahrheit, vielleicht sollte man nicht die andere Frau schockiert, oder? So, ich habe sie mit ihr in der Bar, aber am nächsten Tag Kathrin kam in meine Zimmer und sie war da. Das war eine verrückte Szene. Man, bin ich glücklich, dass es ein Traum war. Aber es fühlt sich anders an. Ich fühle mich, dass es nicht ein Traum war. Mann, wenn es nicht ein Traum war, deine Ex-Groube wäre all über die News. Nachdem, du sagst mir, dass sie die andere Frau schockiert, oder? Also, was ist das Problem? Die Frau schockiert hat dich nicht? Ich weiß nicht, ich schockiert. Was bedeutet, ich schockiert? Du musst, ich schockiert. Du musst, ich schockiert. Nichts ist hier. Ah, keine Begriffe, oder? Es ist zu schlecht. Nein, 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 nein. Es ist alles weg. Du schockiert. Sie hat ein Toilet-Papier in da? Ich habe dich. Mann, das ist wirklich weg. Was ist das? Chill, ich habe dir etwas zu dir jetzt. Ich bin in der hier auch. Das ist alles weg. Was? Ich... Du gehst. Verdammt. Nicht das Toilet-Papier! Ihr Text. Es ist alles weg. Die Info ist weg! Nicht nur das. Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten... Nummer 2? Alles, was sie verletzt ist, ist weg! Sie vergesst. Hey, was für den einen Pick? Oh, den Pick! Ich kann ihn nicht finden. Es ist weg, auch! Was ist weg, Mann? Ich habe es vergessen. Was ist weg? Was ist weg? Vielleicht Kathrin es verletzte, wenn sie herausfinden, dass du verletzt hast. Wenn du nicht... Sie würde nicht so machen. Vielleicht ist die Frau, die du verletzt hast. Das ist nicht es. Ich benutze diesen Telefon, um sie zu telefonen. Wir treffen uns, wir verletzten... Und das war das. Yesterday? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ihr wart es sehen. Wir sehen es? Ja? Uh, ich habe nichts gesehen. Was bist du zu sagen? Du sahst mich mit ihr! Huh? Mit wer? Nachdem sie mit ihr kamen, die Leute kamen und versucht mich auf. Erinnerst du das? Erinnerst du das nicht? Ja, ich erinnerst du das. Aber all ich sah war, war, dass du pathetisch bist. Mit mir selbst? Ja. Sie war mit mir, richtig? Ich sagte, dass ich sie nicht gesehen habe. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Du schreitst. Ja? Johnny und Tobe nie gesehen haben. Wir haben nur von dir gehört. Wir haben nur von dir gehört. Ich dachte, dass du das gemacht hast, um die Kathrin zu finden. Ja. Wie ich hätte das Gefühl haben, das zu tun. Alles klar. Schau mal. Ich sah nur von dir gestern. Du bist alles verletzt, Mann. Du sprachst mit mir zu sprechen, aber du sitzt da mit deinem Kopf. Nein. Schau mal. Ich liebe dich zu sagen, aber vielleicht bist du wirklich anfangen zu verlieren. Ich meine das. Stopp. Das sagen. Das macht mich fragen, meine Sanität hier, Mann. Du warst schon vorhin? Du warst einfach gestern, oder? Das ist nicht möglich. Das wäre wie... Du bist Menschen. Du fährst. Das war blowt. hey come on talk to me we can't be this is so fucked hey it was a joke man all traces of her are gone nobody's seen her this can't be real dude you're really scaring me man you honestly sound crazy now listen maybe you shut up i'm not crazy it's her fault i'm going through all this she's got to fucking exist this is all bullshit i'll agree with you there pal i'm splitting okay hey whoa wait what's this cell phone just glitched that's all and last night you just weren't paying attention right again with us i didn't see anything don't you believe me whatever man i know erica must have seen her she works there she might know something about her okay 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 just come to the bar with me today i will show you that you're wrong it's okay man i'm fine with being wrong it's not okay jeez what's up with you man hey so did you and katherine really break up yes oh i see enough about that back to yesterday try and remember i told you already seriously yeah you're talking about last night aren't you i remember everything you came here alone you left alone and the entire time you were here you drank alone right toby that's exactly how i remember it maybe you're just spacing out from lack of sleep after all you were pretty you messed up last night yeah you were totally fucked up dude so what i was just dreaming the entire time i was here i'm sick of these goddamn dreams every goddamn night wait then when did that dream start so fucked up hey man keep it down i'm only in this mess because i cheated with her come on someone tell me where the hell is she dude i don't know my head hurts hey are you all right yeah like that you were by yourself just like that maybe you were dreaming you're really messed up i'm not messed up i'm just saying that it's impossible for her not to exist anyway pills alcohol nothing works for that yeah i keep seeing it whoa you guys are still having it although now that you mention it erica looked like she was having a nightmare too you noticed i don't remember anything though you too erica i thought only men had that dream so maybe gender doesn't matter huh well i'm not so sure it's because you guys won't shut up about nightmares the same thing with the other customers too is it a weird chain reaction hey dreams we've been having don't you feel like we're all seeing the same dream really i can't remember much but you know it felt like i was trying to get the hell away from something like that just climbing up and up yeah mine was like that too or more like struggling without getting anywhere so what we're being shown the same dream dumbass dreams are just a reflection of daily stress stress from what dude there's plenty of stress in everyday life oh yeah but does that mean i'm gonna have these nightmares too eventually oh man i hope not it's all because this jackass started talking about it since i've been hanging out with him so much he's transferred some of his stress onto me so vincent are you gonna make it up to us huh out like a light oh he's messed up again i'm going home my head hurts i understand being shocked but does it really screw someone up this bad we have an early shift tomorrow too oh yeah you're right we should get going hey vincent we're gonna take off now you sure you're okay by yourself i'm not crazy that jury's still out he's not gonna tell us he met that girl again later on is he idiot i wouldn't do that but i did see her last night yeah yeah we've heard that from you all night long remember thanks for the fucking help i'm just gonna drink some more i'll keep an eye on him so you guys can go on home sorry erica take care of mine i'll be fine i just want to figure out what is going on ja die situation ist echt ein bisschen verwirrend aber die sequenz ist noch nicht vorbei hey you all right mind if i sit here hi excuse me mind if i sit here what uh i was just thinking about it it's only been a week since since when since i met that girl here can life really change this much just like that it happens but maybe it's the dreams if you don't get enough sleep your brain won't function right and you start seeing things different so you're saying that you think she's an illusion too right no i'm not saying that yes you are to be honest i don't even know what's going on myself fuck a lot happened you're probably just a bit confused plus you have been drinking a lot lately hey can i get an order sure thing maybe i am going crazy fuck okay that night it was like this i had a bad dream the night before so i was here drinking trying to to forget they all left early i stayed here then then she walked in wait a second that night when she walked in the bar there was something wow there's a lot of people here but this isn't really my crowd i'm sorry miss that's right she spoke to someone else besides me oh yes may i help you what are you going on about no 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 don't play coy with me i'm talking about katherine you saw her didn't you i saw her um excuse me but don't fuck with me old man i am serious hey hey vincent everyone else said that they didn't see her but don't you think it's crazy that only you did you're the one that's crazy me see her because of her i'm starting to lose it i already know that you're the key damn it why didn't i realize it sooner come on cut it out you saw her i know you saw her speak up stop moaning and answer me god damn it just say something please tell me that you saw her well very well if you must persist yes i did indeed see her she was blonde wearing a provocative white dress like lingerie yeah 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 that's the girl and you saw her with me yesterday right yes of course it's your preference isn't it girls like her so then you admit it all right see he did see her jesus really you are just full of surprises not only did you survive this long but to think you figured me out huh i must commend you for your perception uh well i didn't really perceive anything and sorry about the choking a lot happened so i was a bit freaked out tell me you didn't see her there is no way she does not exist well normally that is the case normal people can't see her after all wait what that's only natural after all she isn't from this realm boss it was rather unnatural wasn't it a girl like her in a town like this huh either way you don't need to worry i have given up on showing you nightmares it was quite a sight watching you run like the wind uh what are you talking about huh she was here right her katherine huh wait you didn't rush me because i just i just wanted proof that she really existed i knew that you saw her you did right ah i see ah hey the usual sir rum and cola was it hey boss can i ask you something what would that be you see i thought that nightmares were something that you see on your own so could it be that 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 someone else can show you one well i i wonder come on uh well i wonder i wonder my ass pretty sure just heard you say you're somehow involved in this yeah did i you heard him right huh uh yeah he did so what was that all about huh huh what did i say you were surprised i survived what does that mean i didn't say that you said it i didn't say it stop fucking with me i know that you're hiding something tell me i don't know why do i have to go through all this shit well it's not just you excuse me i was not expecting this turn of events fuck you every day is unexpected for me what is with these fucking shades you are indoors you who the fuck are you please stop you're dealing with a desperate man now Dank an dich und deine Scheiße, ich und ich Katharine sind vorbei, also erklär dich, du verdammt Monster! Ich bin Thomas Mutton. Ich bin Thomas Mutton. Okay, um es zu sagen. Wenn es gibt Leute wie du, die lange Zeit mit einem Partner ohne Kompetenz spenden, es empfiehlt die Bevölkerung. Die Zahl der Bevölkerung ist weniger als Optimal. Was bist du mit? Also, ich habe diese Hesitant-Gentlemen, climb das. Wait, du sprachst du mit dem Nightmare? Du bist der hinter dem? Wer bist du mit? Wer bist du? Ich habe viele Namen gegeben von Menschen seit dem Zeitpunkt. Verzüßt eine Frau mit der größten Fertilität ist eine Angelegenheit für die Zukunft der Spezies. Also, wir verabschieden diese nicht fruchtvolle Beziehungen, und wiederum die Frauen zu Männern, die mit der Natur zu folgen. Okay, also, was? Du bist einfach... Verabschieden Männern, die haben einen Partner, die sie nicht wollen? Ist das das? W-W-Wel, um es zu sagen, Du denkst, ich werde deine Geschichte verabschieden? Bitte, keine Angst. Du wirst nie wieder sehen, dass diese junge Frau wiedersehen. Huh? Sie ist ein Succubus. Sie ist auf der Wille und schützt die Männer unter der Kurs, indem sie ihre idealen Frau zu sein. Wenn du mit einem lange Zeit mit einem Partner, wirst du mit einem schweren Fertil, was? Oh, Mann. Du verstehst du jetzt alles? Ja, ich verstehe. Ich verstehe alles. Also, im Endeffekt, was bin ich verletzt? Wenn die Mädchen nicht existieren, dann ist es nicht verletzt. Wenn es so wie verletzt, dann ist es verletzt, richtig? Du denkst... Du denkst, dass du das einfach weg kannst? Ja, es ist nicht so, dass ich diesen Job erstes angefangen habe. Nach allem, der Grund, dass du geboren hast, war, weil wir den Mann verletzt haben, die deine Mutter verletzt hat. Ich glaube, dass das so ist. Du besser aufhörst mit mir. Wenn du nicht glaubst, dann ist das gut. Aber es ist ein notwendiges Verletz. Das Problem ist, dass du ein Beste, vielleicht schwerst. Aber du hast auch deine Freiheit gewonnen. Und du hast eine färste Wille für überleben. Du musst wieder aufhörst auf die Glück wieder. Für mich... Sie... Sie war bereits eine Familie. Ich habe nur das nachdem ich mich verletzt. Wie schrecklich ist das? Ich wirklich nicht da zu helfen. Diese ganze Situation ist dein Problem, richtig? Also, was sollst du damit machen? Huh? Was? Du bist derjen, der schrecklich hat. Wie war das meine Schuld? Es ist sicher nicht meine Schuld. Du bist der Grund dafür. Plus, ich bin bereit für mich verletzt. Du hast dein Wille. Aber das war nur wegen der Verletzungen auf ihr, richtig? Außerdem, es ist zu late, sich mit ihr mit ihr zu tun. Du hast das nicht gewonnen. Wenn du wirklich mit ihr möchtest, wenn du wirklich mit ihr möchtest, dann werde ich dir zeigen, was ich wirklich mache. Wenn das passiert, dann wird es dir sicherlich dein letzte Mal sein. Du bist bereit, um zu sterben? Du bereitst, um zu sterben? Du bereitst, um zu sterben, oder? Ich sage dir das. Was, wenn du hier hier bist, bevor ich das mache? VINCENT! Hey, warte einen Moment. Yo, bist du noch alive? Wir zurück, seitdem wir uns über dich beschäftigt haben. Wir trinken noch ein bisschen mehr, Mann. Wir können nicht mehr schlafen. Ich habe keine Probleme schlafen. Hey! Was etwas passiert? Leute! Boss und VINCENT sind... Es ist okay, nicht sagen nichts. Aber... Was ist falsch? Entschuldigung, ich habe noch nicht mit ihm gespielt. Ich habe noch nicht mit ihm gespielt. Ihr könnt euch die Party ohne mich anfangen. Whatever du sagst. Just nicht aggro, du kranker. Ah, keine Angst. Wir sind nur... Wir spielen ein paar Spiels hier. Right? Ja, das ist richtig. Ich habe noch nicht mit ihm gespielt. Ich werde dich weg. Ich werde dich weg. Für jetzt. Aber in return... Was hast du gesagt? Mann, wenn ich noch nicht morgens bin. Wenn ich noch nicht morgens bin. Ich werde mir mein Wille geben. W-W-Wait, VINCENT! Was hast du gesagt? Ich sage dir... Es ist unmöglich. Dann solltest du keine Probleme machen. Wenn du wirklich nicht kontrollierst, was hast du gesagt, dann mach das letzte Mal. Es wird das letzte Mal. Es wird das letzte Mal, ob du gewinnen oder verlierst. Nicht nur für mich, für alle anderen. Es endet heute. Und nicht nur das, du solltest du mich aufbauen, zu haben, Kathrin zu treffen, hier. Das ist unmöglich! Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht nennen. Ich kann es nicht nennen. Und es ist nicht so, ich kann es nur... ...texieren. Sehr gut. Wenn du das agreest, dann gehöre ich deine Konditionen. Really? Great! Und erinnere dich, du solltest du deine Werte. Entschuldigung? Oh! Hey, VINCENT! Bist du sicher über das? Eine Woche von diesem Schein ist mehr als genug. Und... Sorry, dass du dich da vorhin, aber... Ich habe es zu Ende. Nicht so viel mit diesem Schein, sondern mit mir selbst. Was ist mit ihm? Er ist alles schrecklich. Also, warte... Boss! Du sagst... Huh? Boss? Tja, wurde das Mysterium schon in der Folge aufgelöst? Ich hatte echt wenig zu sagen bei diesen ewig langen Filmsequenzen. Aber jetzt ist die Folge auch lange genug. Im Grunde waren das zwei Folgen einer. Ich hoffe ihr seid dankbar. Also... Was soll man sagen? Ja... Catherine war also noch nicht mal wirklich im menschlichen Sinne real. Es ist noch nicht mal wirklich sicher, dass er überhaupt mit ihr geschlafen hat. Es ist halt... Wenn sie jetzt wirklich so eine Art Sukubus war und einfach in Gestalt einer Traumfrau erscheint... Das erklärt auch, warum zum Beispiel sie bei Steve anders ausgesehen hat. Weil... Bei Steve hieß es ja, dass sie nicht weiß war. Es gibt, glaube ich, so eine Ergänzung dazu. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein... Irgendwie ein Comic oder sowas... Aber auf jeden Fall sieht man teilweise, wie Catherine auch anderen erschienen ist. Und ich meine, Steve ist jetzt zum Beispiel als junge Asiatin erschienen. Und ich glaube, Orlando als so eine Latina. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Bei anderen weiß ich es jetzt nicht. Aber spielt ja jetzt auch keine große Rolle. Wir wissen jetzt halt, Catherine ist nicht wirklich ein realer Mensch. Und darum haben die anderen die auch nicht gesehen. Und der Boss ist schuld einer ganzen Scheiße. Der Boss ist aber gerade nicht da. Und darum überbindet Erika die Bar. Ja... Thomas Matten, der auch eigentlich einen etwas anderen Beinamen noch hat. Den wir in der nächsten Folge wahrscheinlich erfahren werden. Oder übernächste? Es wird interessant. Wir werden jetzt noch einige Gespräche führen können. Weil es sind ein paar Leute da. Wir werden auch mit allen reden, die hier aufkreuzen. Denn es werden ein paar aufkreuzen. Und wenn man das... Also die werden nicht unbedingt aufkreuzen. Beziehungsweise sie werden bei uns jetzt aufkreuzen. Aber je nachdem, wie man das Spiel gespielt hat, tauchen sie eben nicht auf. Justin zum Beispiel könnte im Laufe der Zeit sogar gestorben sein. Der sitzt aber da hinten. Und das ist gut für uns. Naja. Beziehungsweise einfach nur gut für... Das eigene Gewissen. Aber genug davon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß als konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Eure Meinung zur jeweiligen Situation. Ach, das ist echt... Verwirrend teilweise, wenn man jetzt nicht direkt weiß, wie es weitergeht. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Cheerio! bardzo, aber wir können bis zum ersten Mal mit desküB. Additional gehört also. believe properties bei uns und was euch tippen so an etwas aber nur Drivege fairy áreas bere firsthand. Vielen Dank.